Ich habe dir gefühlt ganz genau mal einen Zweck. Ganz sicher nicht registriert? Nee, nicht registriert. Sie werden nur mal abgeschliffen und auch am Ende spüren. Und garantiert nicht große Verfolgung. Ich weiß ja nicht, wie wir das auch bevorhören. Ich würde das auch nicht wissen. Aber damit sind wir auf der sicheren Seite. Auf die Wunder kommt keine Rolle der Welt.